Herzlich Willkommen! Wir sind heute mit dem NBW-Macherbus in Waldorf, dem Tom-Tazze-Tierheim. Hier ist die Aufgabe, die Unterstände für die Unterausläufe neu aufzubauen, vorher die alten abzureihen. Ja, ich bin Anja, Mitarbeiterin bei NBW. Es ist eine schöne Abwechslung zum Alltag, raus aus dem Büro und auch mal die Hände dreckig machen. Heute hält ihr uns richtig, weil die Hundehütten, die hier bisher in den Ausläufen standen, waren bis 20 Jahre alt, haben tolle Dienste geleistet, schwer renovierungsbedürftig, wie ihr gesehen habt und dank eurer Hilfe, weil uns fehlen sowohl die Manpower als auch das Geld und ihr macht es uns möglich. Das ist heute ein echter Traum. Vielen Dank!